Nr. 18 Patrick Geprege, Gewinner in einer Kategorie Erstmelke. Wie war der Kampf? Es sind alle gestochen. Alle Tere, die die Preise machten, haben das Situ sicher mehr verdient. Zwölf waren praktisch sechs Sportler durch den Stechen. Das war sicher herr. Hast du während des Kampfes gemerkt, dass es für einen Titel reicht? Ich habe gewusst, dass ich nicht gerne verlieren würde. Das hat man gewusst, dass ich nicht gerne hätte. Es ist ein Zehen. Nachher mal ein paar Zweifeln hätte ich es weggebracht. Aber wohl, das ist souverän. Es ist gut gelaufen, muss man auch sagen. Was gibt es für eine Belohnung heute Abend? Was ist das Schönste, was man mit dem Tier machen kann? Ich glaube, das wäre ganz normal. Wir müssen vielleicht schon wieder ein bisschen weiterdrehen. Nächste Woche geht es schon wieder ein bisschen laufen. Dann gehen wir den Vater und schauen, was sie uns sagt. Gratuliere nochmal. Einen guten Abend. Danke vielmals. Und ich erstelle alle, weil ich das ganze Jahr helfe. Und so wird es ziemlich Sport. Merci, alle einen Teil von dem. Merci. Tschüss. 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 Tschüss.